Jo Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy XV. Wir sind jetzt in der Höhle, auf dem Weg zur nächsten königlichen Waffe. Und die Mission heißt die Kraft der Könige. Und wir gehen jetzt hier mal weiter. Ich hab vorhin einen Cut gemacht, weil wir schon über die über 30 Minuten waren. Und, ähm... Ich guck mal, schau mal, dass die Folge nicht ganz so lang wird. Ich kann's natürlich nicht versprechen, naja. Aber wir schauen mal. Äh, wir müssen nach da, aber ich möchte kurz gezogen, was hier noch ist. Können wir hier gucken? Können wir hier rein? Nein, das will ich doch gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Äh, wie können wir das nochmal ducken? Ah, okay. Ich will da gerne rein, aber was ist denn da? Muss ich da hin? Äh, die müssen. Ah, okay. Äh, okay. Das geht anscheinend nicht. Schade. Dann gehen wir jetzt da rein, in das Königskrab. Das zweite Königskrab. Das zweite Königskrab. Nehmen wir uns die zweite Königswaffe. Sieht auch mega nice aus. Sie ist wunderschön. Eine wunderschöne Waffe. Erstmal ausrüsten, würde ich sagen. So, ich würde sagen... Noct leidt sich also die Kräfte seiner Ahnen. Ja. So in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. Das ist wohl richtig. Noctis. So. Die macht 218, die macht 72 Schaden. Dann machen wir die weg. Und holen uns die... Wo sind die? Königswaffen. Klinge, das eroberst. Was? 483. Alles klar. Bin ich auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Was haben wir hier noch? Hm. Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzüchte dankend auf eine Show. Etwas Übung kann nicht schaden. Jetzt nix weiter, ne? Ne. Wir müssen jetzt wieder raus. Wahrscheinlich werden die jetzt Gegner kommen. Zum Eingriff und zurückkehren. Ja. Ah, okay. Nice. Ich dachte, wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das wäre echt nervig gewesen. Ne. So, allgemeine Tipps. Sidney Aurum ist die beste Mechanikerin weit und breit. In Hammerheed übernimmt sie die Individuen... Okay. Kann ich leider nicht weiterreden. Sorry, Leute. Ja. Ja. Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe... Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet... Errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Ihr zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Okay, machen wir das. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststark. Wo ist das jetzt genau? Warte mal. Wo ist das jetzt genau? Wo müssen wir hin? Da ist das. Richtig? Kriegserklärung. Okay. Wo müssen wir hier in die Siedlung? In die Jägersiedlung? Ähm. Ja, wir gehen jetzt zum Auto zurück. So ist es einfacher. Das ist voll einfach so. Da kann man eine Menge Zeit sparen. Okay. Ja, ja, ja. So ist das, Leute. So ist das. Ähm. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich doch über ein Abo freuen. Und wenn euch das Video gefällt, dann über ein Like. Würde mich wirklich freuen. Vor allem, weil ich noch so ein kleiner YouTuber bin. Und äh. Das würde mir wirklich weiterhelfen. Und hier noch. Ein neues Rezept da. So, jetzt sprechen wir mal mit Monika. Ich glaube, die ist hier. Da ist er doch. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Dankeschön. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Okay. Warte mal, das liegt ja noch. Ey, immer. Das ist aber so gepackt, ey. Mein Kollege. Was ist das noch? Alter, interagieren oder springt. Suchradius. Einigen Nebenaufgaben fordern, dass du ein bestimmtes Areal absuchst. Orientiere dich am eingeblendeten Suchradius auf der Navi-Karte, um ein Ziel zu finden. Ist das eine Schatzkarte? Okay. Das wäre ja mal was. Sollen wir suchen? Na klar. Was für eine Frage. Ja. Können wir hier irgendwo zelten oder lagern? Geht das hier? Was ist das denn? So, warte mal. Wo müssen wir jetzt genau hin? Wir müssen jetzt doch da. Würde ich sagen. Fahren wir jetzt mit dem Auto dahin. Ne? Das ist glaube ich die einfachste Lösung. Ja. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Ja, wo denn? Ich fahre selber. Kein Problem. Bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Kein Problem. Noggt. Willst du wirklich noch fahren? Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. So. Müssen wir einmal wenden. Wer ist diese Monika? Warte mal. Wie fahren wir jetzt? Wir fahren gerade so. Wird halt gerne wenden. Ein Mitglied der Königsgarde. Wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr. Wie auch Dustin. Den Gardisten, der ihres begleitet. Irgendwie tut es gut, dein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Äh. Da wollen wir hin. Ich habe ja leider nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie richtig zu fahren. So weiter als so lange. Was ist jetzt los? Auf der Straße? Was? Echt jetzt? Eins weiß ich. Wir steigen besser nicht aus. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich habe ein mieses Gefühl. Äh. Das ist groß, ja? Schnallt euch an. Okay. Jetzt ist es ja weg oder was? Lull. Warum nicht? Äh. Danke. Was ist jetzt los? Was ist das? Oh. Äh. Warte mal. Supertrank. Noctis. So. Kommen wir weiter. Das war doch ein bisschen Action, würde ich sagen. Jetzt können wir wahrscheinlich gleich den nächsten Gegner. Da müssen wir echt über... Oh Gott. Kann man jetzt alle mittel... Oder was? Wo denn jetzt? Nirgendwo. Wow. Ich hasse es, dass der mal automatisch aussteigt. Das nervt. Ich höre Magi-Tag-Rotogen. Hatten Sie mir besser... Los geht's! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Hier räume ich auf. Und nochmal supertrankern. Und nochmal supertrankern. So. So. Äh. Das war doch normale Waffen. Ja. Ich meine, die super Waffen... Also die Königswaffen sind so geil, ne? Aber man kann natürlich keine Kompos machen. Wir verarschen uns. So. Das war so. Klappt. Jetzt ehrlich, ich laufe gleich, wenn das so weitergeht. Meine Güte, ist das schlimm. So, los geht's. Wie lange dürfen wir weiterfahren, ne? Das wird langsam hell. Also eigentlich sollte es jetzt besser sein. Das waren echt schon viele Kämpfe gerade. Also wir müssen echt viel Stufanstieg gleich kriegen, würde ich sagen, ne? Wir fahren weiter. Die Sonne geht bald auf. Ich übernehme wieder Noct. Was? Schon morgen? Na, wie fahren wir jetzt eigentlich gerade? Wir fahren vollkommen in die falsche Richtung. Das ist doch total scheiße. Ich will wenden. Ich will wenden. Wird sie... Ja, okay. Jetzt fahren wir rückwärts. Ist mir egal. Hä, was ist denn jetzt los? Sie verarschen. Du fährst nicht vorwärts. Würdest du mich komplett verarschen? Noct. Du wirkst müde. Nein. Soll ich weiterfahren? Ich will da parken, mein Gott. Kein Problem. Bin auch fit. Sei nicht unvernünftig. Lass mich fahren. Da wären wir also. Dieses Spiel ist manchmal echt komisch. Muss man einfach so sagen. Es ist wirklich komisch manchmal. Hebt das doch jetzt nicht auf und springt die ganze Zeit. Meine Güte. Also die Steuerung ist echt teilweise echt scheiße. Das Spiel ist nice, aber es macht aber echt scheiße. Die ganze Zone ist eröffnet. Was besser aufnimmt. Na doch. Wie sieht's da drüben aus? Ich bin unschlagbar. Ja. Ja. So, und die Hume zu fahren. Weiter so, Noct. Super. So, und dann holen wir uns noch die Hume. 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 Und dann holen wir uns noch eine große Giraffe. Und dann holen wir uns noch die Hume. 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 So Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut, wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten ungefähr und wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein Leute, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.